Es ist wieder Zeit, dass wir Monster Underworld spielen und wir werden diesmal gegen Kulvtharov kämpfen. Das ist ein neues Monster, eine Drachenälteste, die mit dem letzten Update hinzugekommen ist und ziemlich stark ist. Wir werden also ganz schön ordentlich aufs Maul bekommen oder wir werden diesen Monster aufs Maul geben. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Nun erstmal ein paar Vorbereitungen treffen. Ich spiele natürlich online, bin in irgendeiner komischen Sitzung beigetreten, ich kenne die Leute nicht. Also alles schön random. Muss nichts Schlechtes bedeuten, aber in der Regel hat man keine Vorteile, wenn man mit zufälligen Leuten spielt, die man nicht kennt. Noch dazu haben wir hier eine schöne internationale Vertretung. Wir haben hier einmal irgendeinen Chinesen oder Japaner. Erik könnte deutsch sein. Doch Erik ist ein deutscher Name. Dann haben wir einmal Jojo. Das klingt auch nicht wirklich deutsch. Und dann haben wir Jack Johnson. Das klingt sehr amerikanisch. Ich denke, wir sind da ein gutes Team. Sehr gut durchgemischt. Aber wer weiß. Um das rauszufinden, ob wir scheitern werden oder nicht, müssen wir eben alles geben. Denn Kulftarov ist kein einfacher Gegner. Ich habe schon mal gegen ihn gekämpft, deswegen weiß ich, was da auf einen zukommt. Die Taktik ist eigentlich simpel. Aber wie so immer, die Umsetzung ist doch ein bisschen schwieriger. Naja, die Cinematic interessiert mich nicht. Die haben wir extra hochgeladen auf unserem Kanal. Was zum Teufel, hat man mir hier die Tränke schon fast weggenommen? Da muss man echt schnell sein. Also etwas von hier, von gerechter Aufteilung kann man hier schon mal nicht sehen. Fair Play gibt es hier nicht. Ist egal, wir haben noch Megatränke. Wir sollten genügend dabei haben. Also keine Panik. Jetzt ist die Frage, hier ist ein Felsen runtergefallen. Das ist natürlich nice, denn diese Felsen machen einem ordentlich Schaden. Die Frage ist allerdings, wohin läuft das Monster? Ich meine, es hätte eine feste Route. Ein Kollege von mir sagt, er läuft zufällig. Wäre es stimmt. Und vielleicht wisst ihr das. Aber der läuft eine feste Route. Der wird ja nicht jedes Mal eine andere Route laufen. Auf alle Fälle müssen wir den Panzer vernichten von ihm. Das ist dieser goldene Schuppenpanzer. Wir richten allerdings nicht viel Schaden aus. Das ist der kleine Nachteil. Wir müssen die Schwachstellen treffen. Wem es interessiert, ich spiele hier mit der Vivian Klinge Indigo. Das ist ein Feuerschwert. Jetzt müssen wir hier hoch. Naja, die Kanone ist sehr nützlich in diesem Quest. Kanonen machen nämlich ordentlich Schaden. Wir werden natürlich hier volles Ohr raushauen. Also nehmen wir fünf. Fünf ist immerhin besser als vier. Und macht mir ja Schaden. Schnell, schnell. Oh scheiße, ich muss die Kanone ja noch ausrichten. Fuck. Ja was? Der rennt ja viel zu schnell hier. Shit. Ey, das kann doch nicht sein. Der lief die ganze Zeit langsam. Und auf einmal rennt der schnell, wenn ich ihn abschießen will. Wieso denn? Hm. Die andere Kanone ist auch geladen. Und hat man auch vergessen abzufeuern. So ein Ärger. Aber ihr habt das gesehen. Ja, er ist auf einmal schnell gelaufen. Als hätte er gewusst, dass ich ihn abschießen möchte. Das ist eine höhere Form der Intelligenz. Nun gut. Hilft alles nichts. Und sonst die Kanone beladen. Wohin geht Kuivtauf? Er geht zum nächsten Gebiet. Okay. Übrigens ist das hier eine Art Zeit-Quest. Das heißt, wenn wir ihn nicht schnell genug ordentlich Schaden austeilen oder Schaden zufügen, wird er abhauen. Dann kriegt er weniger Loot. Und das ist nicht nice. Ihr müsst also schon ordentlich Schaden austeilen. Richtigen Damage machen. Okay. Da unten ist er ja. Er ist paralysiert. Das ist toll. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht trifft. Denn ich glaube, das macht richtig fett Schaden. Oh, weißt du? Oh, da liegt schon wieder so viel Loot. Golder Klumpen. Oh. Goldener Schwanzpanzer. Wurfmesser. Ach, das ist von diesen Geierlackers. Die lassen auch ab und zu sein fallen. Jetzt sehen wir schön, der Panzer ist orange. Orange-Golden. Das heißt, jetzt können wir richtig Schaden austeilen. Sollten wir auch machen. Mit ein bisschen Glück können wir Sachen abtrennen. Jetzt haben wir hinten dieses... Ich weiß nicht, was ist es? So ein Goldklumpen abgeschlagen oder so in der Richtung. Ich kann das nicht genau definieren, was das sein soll. Ist auch egal. Wir schneiden alles ab, was Füße und Hände hat. Ich meine, es ist ein richtiger fieses Special-Ultra-Move. Kommt ja erst noch. Das ist jetzt noch alles Kindergarten-Kacke. Sehr schön. Ich gehe zum nächsten Gebiet. Und das relativ schnell. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Erstmal hier schön looten. Boah, da liegt ja so viel. Drachenschatz. Oh. 800 Punkte. 800 Forschungspunkte. Ich will allerdings die Hörner haben. Diese Goldklumpen, die bringen mir gar nichts. Davon habe ich schon gefühlt tausend Stück. Die Hörner sind das seltenste Material. Oder der Edelstein. Ich glaube, der Edelstein ist noch seltener. Edelstein ist immer selten. Egal, ich brauche beides. Und um die Hörner zu bekommen, müssen wir die Hörner zerstören. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Denn dieses Viech lässt sich nicht gerne an den Hörnern greifen. Man kann es aber mounten. Das habe ich schon mal gesehen. Das hat jemand geschafft. Man kann auf ihn drauf springen. Oh, 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 oh. Affinitätsbooster hilft immer. Macht eure Waffe gleich zehnmal stärker. Der Erik ist gestorben. Das ist nicht nett. Wegen ihm kriege ich jetzt weniger Belohnung. Ja, der Name hätte schon vermuten lassen sollen, dass das nichts taugt. Erik hört sich schon so nach Fail an irgendwie. Ist ja nicht weit her. Fail hat vier Buchstaben. Erik hat auch vier Buchstaben. Da hat man schon die Gemeinsamkeit. Allerdings hieß nicht der Magneto aus X-Men auch Erik. Und war auch Deutscher. Insofern ist Erik eigentlich ein ganz cooler Name. Aber nur ein Monster Hunter. Hm, eher weniger. Genau. Kältetränke sind hier übrigens sehr wichtig. Denn der geht jetzt hier gleich voll ab. Boah. Dieses Flammenmeer ist übrigens die gefährlichste Attacke. Das solltet ihr unbedingt vermeiden, dort drin zu stehen. Tja, und da wird es gar nicht so einfach sein, diese scheiß Hörner zu treffen. Weil irgendwie rennt er entweder weg oder macht diese Flammenattacken. Wie will man da diese Hörner treffen? Ja, als Bogenschütze geht das vielleicht als Fernkämpfer. Aber hier als Nahkämpfer ist das nicht so einfach. Oh, Speck hier. Boah. Naja, hat mich getroffen. Mist. Bist. Bist. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir einen. Aber das ist wirklich unmöglich, die Hörner zu treffen hier. Wie will man denn die treffen? Das geht nur als Bogenschütze. Und man muss ihn irgendwie lähmen. Ja, genau. Jetzt ist er gelähmt. Jetzt Full Damage auf die Hörner. Los, los. Na los, mach Schaden. Ja, super toll. War klar, dass ich meinen Elendangriff nicht machen konnte. So viel Leben kann der ja gar nicht mehr haben hier. Das ist echt ein zähes Viech. Das ist aber nicht so schlimm. Bis jetzt leben hier noch alle. Wir haben immer noch zwei Versuche. Und das Monster sieht nicht danach aus, als würde es abhausen. Boah, wie viele Goldkunden-Klumpen ich hier einsammle. Das ist nicht normal. Ich glaube, ich habe bestimmt schon 20, 30 Millionen Stück eingesammelt. Jetzt in dieser einen Quest. Oh ja, nice. Jetzt liegt der Darwin auch. Ja, sauber. Hauptziel abgeschlossen. Wir haben ihm die Hörner abgetrennt. Aber man kann es nicht besiegen. Es läuft trotzdem weg. Ist egal. Wir wollten die Hörner. Und wir haben sie bekommen. Das, denke ich mal, sogar in einer sehr guten Zeit. Ich weiß es nicht. Aber egal. Wir werden jetzt looten. Ja, sammeln, sammeln, klumpen. Okay. Oh, Panzer. Oh, Riesenhorn. Ui, goldenes Spiralhorn. Ja, das brauche ich. Genau, Spiralhorn. Vielleicht ein bisschen mehr. Was ist das? Geschmolzene Waffe. Oh, das klingt sehr gut. Das könnte eine sehr starke Waffe sein. Drei Hörner ist mir ein bisschen zu wenig. Die Rüstung erfordert brutal sechs Hörner. Ich sehe schon. Ich werde noch ein paar Mal gegen ihn kämpfen müssen. Aber ihr habt gesehen. Aber ihr habt gesehen, der Kampf ist an sich nicht schwer. Hat zwei, drei schwierigere Stellen. Man braucht Geduld. Und es sollte halt niemand sterben. Und es sollte halt niemand sterben. Oder nicht oft sterben. Also die üblichen Strategien, würde ich mal sagen. Auf die Waffen kommt es gar nicht so an hier. Naja, also der Loot könnte schon ein bisschen mehr sein. Belohnungsstufe 16. Ja. Ich denke, da wäre mehr gegangen. Aber es ist so, sobald die Hörner von diesem Monster getrennt worden sind, ist die Quest fertig. Da gibt es keine nächste Runde oder so. Dann ist die Belagerung abgeschlossen. Und man bekommt sein End-Loot. Also seine End-Materialien. Ja, das ist doch gar nicht so wenig. Drei goldene geschmolzene Waffe. Da könnte wirklich was Gutes darin sein. Gucken wir mal. Oh, Scheiße. Nichts Orgenes. Ja, immerhin zwei Waffen mit Seltenheit 7. Aber nichts Gescheites dabei, muss ich sagen. Oh. Ja, doch. Die sieht nice aus. 450 Lähmungsschaden. Tarot, Loot, Jigiros. Mit 450 Lähmungsschaden. Das ist nice. Das ist眼, Dzwert und K FAE- Das ist aus. Wie geht es? Ja, doch. V